Wer ist kreativer? Mensch oder Maschine? Künstliche Intelligenz mischt die Kunstwelt auf und stellt vieles in Frage. Die Muse ist ein Algorithmus und ist ein Programm und dient mir zu generieren von neuen Variationen von meiner eigenen Kunst. Können Maschinen kreativ sein? Und wenn ja, wie? Der Maler Roman Lipski arbeitet mit einem Programmierer zusammen, der einen Algorithmus für ihn geschrieben hat. Regelmäßig füttert er das Programm mit Werken des Malers. Der Computer analysiert zum Beispiel die Malweise, die Farben, die Komposition und entwirft mit Hilfe dieser Daten neue Bilder. Ausgehend von diesem allerersten Bild wurde der Stil im Laufe der Zeit immer abstrakter. Mehrere hunderttausend Bilder hat die Muse schon errechnet. Ein Bild ist letztlich eine Matrix von Zahlen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Muse eigentlich eine sehr schlaue Zahlendrehmaschine ist. Sie kann die RGB-Werte von Bildern so kreieren, dass dort etwas Spannendes Neues entsteht. Und das funktioniert so, dass im Kern der Muse ein vortrainiertes neuronales Netzwerk besteht, was ursprünglich dafür gemacht wurde, Katzen von Hunden zu unterscheiden, Objekte jeder Art auf Bildern zu erkennen. Weil Forscher vor ein paar Jahren herausgefunden haben, dass man ein solches vortrainiertes neuronales Netzwerk nutzen kann, um bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Helligkeit, Farben, Formen, Stile und Co. aus Bildern zu extrahieren. Abstrakte Bilder wollte Roman Lipsky schon lange malen. Doch erst seit der Künstler seine Werke zusammen mit dem Algorithmus des Computers schafft, gelingt ihm das auch. Denn die Bildideen des Computerprogramms sind seine Inspiration. Ich bin mit der Muse in einer Art Dialog, in einem Loop und wir beeinflussen uns gegenseitig. Also die digitalen Bilder inspirieren mich, um weiter sich zu entwickeln. Ich betrachte die Muse nur als Werkzeug, die wird mich nie ersetzen. Oder vielleicht doch? Künstliche Intelligenz kommt zu verblüffenden Ergebnissen. Werden die Algorithmen zur Konkurrenz? Einen Computer braucht er nicht. Millimeterweise tastet sich Bertrand Freies Leben an den Gesichtsausdruck heran. Der Bildhauer porträtiert Menschen, Unbekannte genauso wie Prominente. Politiker, Schauspieler oder Unternehmer. Menschen, die ihn interessieren. Für ihn zählt jedes Detail. Ganz wichtig ist die Konstellation. Also, dass die Volumina so zueinander geordnet sind, dass dadurch schon Intensitäten entstehen, durch Sölbungsverläufe und so. Schließlich soll die fertige Skulptur den Charakter einer Person widerspiegeln. Also, es gibt ja unterschiedliche Ansätze für Artificial Intelligence. Und welcher jetzt wie greift, dass da am Ende etwas herauskommt, was funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass das programmierbar ist. Ich weiß bloß nicht, was der Vorteil wäre. Mehrere Stunden, manchmal Tage, verbringt der Künstler mit seinem Modell. Ein Computer könnte nach Fotos vielleicht ähnliche Köpfe modellieren. Doch die menschliche Begegnung ist für den Künstler nicht zu ersetzen. Es geht immer um Spontanität, um Intuition. Und da wird alles abgerufen, was ich halt an Erfahrungen habe und was ich mir angeguckt habe in der ganzen Kunstgeschichte. Wer hat was wie gemacht und was hat er damit erzielt. Und das ist ein, wie soll ich sagen, meine Ressource. Und dann gibt es spontane Entscheidungen. Und dann entsteht eine Oberfläche, die nicht vorkalkulierbar ist. Spontanität, Chaos. Macht das die menschliche Kreativität aus? In den Galerien tauchen immer mehr Werke auf, die mithilfe eines Computers entstanden sind. Und Kunst, die sich mit digitalen Technologien auseinandersetzt. Für manche Werke werden hohe Preise gezahlt. Dieses Porträt wurde für über 430.000 Dollar beim Auktionshaus Christie's versteigert. Gemalt hat es sein Algorithmus. Und auch dieser Rembrandt stammt nicht vom alten Meister, sondern aus einem Computer. Noch ist die künstliche Intelligenz in der Kunst eher ein Experiment. Doch in Zukunft könnten Werke von Computern mit den menschlichen konkurrieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017